Dieser praktische und äußerst schicke Ford Custom Trail Kombi könnte schon bald vor Ihrer Garage stehen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wismar. Der Euro 6 Diesel erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und anklappbaren Außenspiegel bieten beste Übersicht. Eine Schiebetür rechts und Doppelflügeltüren hinten erleichtern das Einsteigen und Beladen. Mächtige 16 Zoll Alufelgen in schwarz unterstreichen den sportlichen Charakter. Und denken Sie auf an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die überheizten Vordersitze mit Lederpolster bieten viel Komfort und eine gute Sitzposition. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Custom schützt Sie rundum mit ESP, 6 Airbags, LED-Licht und der heizbaren Frontscheibe. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum Radio gehört auch das Kommunikationssystem Sync 4. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem super schicken und äußerst praktischen Ford Transit Custom in der Trail-Ausstattung und seiner umfangreichen Sondenausstattung. Wenn Sie immer viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. You don't have to. Vielen Dank.